Der Montags-Maxi bei Hitradio FFH Hey Party People, jetzt ist es wieder soweit. Es wurden mal wieder Aliens gesichtet. Und ja, ich weiß, man denkt erstmal, das ist wieder irgendwie so eine Verschwörungstheorie von irgend so einem Bauer auf dem Land, der mit seiner Schwester zwölf Kinder hat. Der hat wahrscheinlich irgendwie so ein Flugzeug gesehen und dachte, das ist der Anfang von Independence Day. Diesmal aber nicht. Diesmal haben zwei Harvard-Professoren letzte Woche bekannt gegeben, dass die im Oktober 2017 einen Meteor entdeckt haben, der seine Geschwindigkeit verändern konnte. Jetzt sind Meteoriten ja eher so die Wale des Weltraums. Die sind eher so behäbig unterwegs. Aber wenn die jetzt auf einmal rumkurven wie Vettel in Monaco, dann wird man schon mal nervös. Das soll mutmaßen die beiden Professoren quasi eine Sonde gewesen sein von der Alien-NSA, die mal gucken wollte, wo man hier in der Milchstraße sonst gut Urlaub machen kann. Der Meteorit wurde dann durch die Schwerkraft der Sonne zurück ins unbekannte All gelenkt. Und das ist natürlich die offizielle Version. Aber Party People, ich glaube das nicht. Und meine Schwester und zwölf Kinder glauben das auch nicht. Wir glauben, die Aliens haben einfach gesehen, was hier los ist und sind einfach wieder umgedreht. Bis nächste Woche. Comedy-Star Maxi Gstettenbauer. Immer montags bei Hitradio FFH. Tickets für seine Shows und alle Termine gibt's bei FFH im Web und in der App.